Ja Leute, heute geht es wieder um Master Duel. Ja, es geht heute wieder um Master Duel. Um genau zu sein, geht es um ein paar Sachen, die in Zukunft kommen und die geupdatet worden sind. Denn viele, die es wissen, wissen ja, dass gerade ein Event läuft, um genau zu sein, das NR-Festival. Das bedeutet, ihr dürft nur Karten benutzen, die selten eine Stufe Normal oder Rare haben. Sprich, Ultra-Rares und Super-Rares können hier nicht gespielt werden. Also keine Hand-Traps, gewisse Zauern-Feinkarten sind nicht erlaubt. Also auf Deutsch ein komplett anderes Format. Ja, normalerweise würde ich daraus jetzt kein Video mehr machen, denn das Event läuft schon seit Längeren. Um genau zu sein, läuft das Ganze noch bis zum 4.4. Jedoch gibt es eine kleine Veränderung. Denn diese Belohnung, die kennt ihr sicherlich. Ihr seht hier, könnt ihr die einsammeln, die Belohnung bis zu diesem Datum. Und an sich kann man sagen, es lohnt sich eigentlich nur bis zu 10.000 Medaillen zu spielen. Denn dort bekommt man dann alle Edelsteine. Zusätzlich gibt es ja immer Missionen, die man erfüllen kann, womit man auch Edelsteine bekommt. Und zwar hier bei Mission ist das Ganze. Und dann bekommt ihr ebenfalls Edelsteine. Zum Beispiel ist das hier. Das ist so eine Mission zur Kampagne. Edelsteine-Schau-Duell. Das sind eben die Festival-Duelle. Und hier müsst ihr zum Beispiel 100.000 Schaden machen. Ihr seht, ich habe ungefähr die Hälfte geschafft bisher. Ja, und das Besondere ist, bei diesem Event konnte man insgesamt zur Zeit 3.300 Edelsteine gewinnen. Jedoch, ja, hat sich das Ganze verändert. Denn es gab ein Update zu diesem Event. Und dort hat sich einiges verändert. Und genau deswegen möchte ich ja das nochmal erwähnen. Denn viele haben dieses Event bereits für sich abgeschlossen. Haben gesagt, ey, ich habe Adel-Edelsteine gesammelt. Warum soll ich dieses Event noch spielen? Naja, die Antwort ist ganz klar. Und zwar, es gibt mehr Missionen. Die Schadens-Duell-Mission, die ihr eben gesehen habt, die ist neu. Um genau zu sein, sind zwei neue Mission-Stränge da. Und wenn man hier dann mal sieht, da gibt es noch einige Edelsteine, die man eben einsammeln kann. Wenn man jetzt hier zum Beispiel guckt, dass man hier bei diesen hier alleine, haben wir einfach mal, sagen und schreibe, 30, 30, 40 sind schon noch 100. Nochmal 50 sind 200, 250 extra Edelsteine. Bei den anderen wahrscheinlich auch nochmal. Sprich, ihr könnt auch mal mindestens 1.000 Edelsteine hier abholen. Sprich, es sind nicht 3.300 für dieses Event, sondern, sagen und schreibe, 4.300. Und falls einer oder andere sich fragt, ja okay, 4.300, ich kenne mich nicht so auf, was bedeutet das? Naja, das sind schon mal eine Menge Booster. Um genau zu sein, sind das einfach mal 40 Booster. Und damit kann man schon ein halbes Deck bauen. Plus Stables, die man eh bereits besitzt, hat man quasi damit schon ein komplett eigenes Deck. Und der Vorteil, den man hat, bei einem normalen Event ist es ja so, dass man sich ein passendes Deck craften musste. Hier natürlich genauso, nur Normal und Rares hat man en masse. Wenn man sich jetzt zum Beispiel hier Deckbearbeiten anguckt, dann sieht man hier, dass ich auch zum Beispiel sehr viele Common Rare Punkte hatte. Vor diesem Event hatte ich sogar über 10.000, aber das ist jetzt natürlich durch das Crafting runtergegangen. Und hier seht ihr auch gleich eine Liste, die man eventuell spielen kann. Ich zeige euch ja noch ein paar mehr Listen, die man spielen kann. Falls ihr bisher noch nicht gegrindet habt in diesem Event, habt ihr diese Decks. Damit schafft ihr es easy in einen Tag, alle Belohnungen abzuholen. Natürlich müsst ihr ein bisschen spielen. Die erste Variante ist Gadget. Ja, eigentlich relativ simpel. Sind alles Normal und Rares. Das Besondere ist, wir können hier natürlich easy peasy auf Rang 4 gehen. Aber mit unserer Endlos-Kette können wir ebenfalls in unser Boss-Monster gehen. Das war Nummer 97. Der kann uns dann den Heart Dragon holen. Und der kann am Ende des gegnerischen Spielzugs dann alle Karten verbannen, die er hat. Ziemlich nice Kombo. Das Ding ist nicht Target Bill. Das ist auch sehr nice. Das hat 3300. Zusätzlich können wir sehr viele Zauber- und Feigenkarten spielen. Die sehr gut sind. Zum Beispiel Kech, TT, BTH, Zanzug-Jungsgerät, Palio, Palio, Traps allgemein. Auch das Book ist sehr gut. Gelee-Kanone muss man nicht spielen. Kann man natürlich. Und IMS passt natürlich sehr gut, weil es alles halt eben Maschinen sind. Ist halt quasi, ja, je nachdem. Wenn ihr natürlich ein höheres Exit nehmt wie das hier. Dann ist das sogar ein Ikoros-Angriff. Sonst ist es einfach ein 1v1. Ist okay. Klar, wir opfern ein Monster. Also macht ihr minus 1. Aber die Gadgets machen immer plus 1. Ähm, ja. Das ist ein Deck, was ihr eben durchaus spielen könnt. Dann ein Deck, was ziemlich underrated ist. Und zwar My Spectre. My Spectre ist ein Deck-Thema, was sehr gut in diesem Format ist. Ihr habt eben schon die Fallen und Zauberkarten gesehen, die wir gespielt haben. Wie 20 Verkürtungsgerät. TT. Das sind alles Karten, die entweder targeten oder zerstören. Und was sagen alle My Spectre? Diese Karte kann nicht Ziel vom Karten-Effekt des Gegners gewählt werden, noch durch diese zerstört werden. Auf Deutsch, alle Zauernfeinkarten, die dein Gegner hat, jucken diesem Deck nicht. Sprich, wenn der Gegner 5 Set hat, juckt mich nicht. Ich habe, alle Monster sind immun davon. Sprich, sehr, sehr stark. Zusätzlich könnt ihr natürlich mit den Zauernfeinkarten den Gegner in Schacht halten. Und vor allen Dingen natürlich mit dem, ja, Mondschild habt ihr ein unbesiegbares Monster. Es ist quasi unbesiegbar, dass der Ausgleich ist, wenn der Gegner dich Kaiju, denn Kaijus werden auch gerne gespielt in diesem Event. Dementsprechend kann man das natürlich schon ein bisschen outen, aber passt halt. Und dann gerade mit der Field Spell, beziehungsweise mit der Pendeln-Mechanik, könnt ihr sehr, 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 sehr viel Plus machen und das Ganze eben auscounten. Ist aber ein sehr langsames Deck. Sprich, dieses Duell wird nicht in zwei Minuten vorbei sein. Es wird sehr lange gehen, aber ihr werdet ihn nach und nach ausgrinden. Ist eine Option. Kleiner Tipp übrigens, bei allen Events spielt MS-Team in eins oder zwei. Spielt ihr mindestens Main. Es wird passieren, es kann gut passieren, dass der Gegner irgendeine komische Zau oder Falle spielt, die ihr nicht kennt, die euch komplett aushebelt, die eure Antis, also eine Anantienstrategie beinhaltet oder eben euch komplett, ja, einfach verlieren lässt. Das ist so ein MST-Main dann doch ganz schön gut, um ein Out zu haben. Und dann, ja, der Klassiker schlechthin hier, ist einfach Metal Force. Ja, Metal Force kann man sehr, sehr, sehr gut in diesem Format spielen. Gerade auch wegen dem Baum kann man sehr gut die Hand fixen. Ihr habt sehr viel Flexibilität durch eure Fusionsmonster. Allein dies einmal bouncen, super gut. Einmal zerstören, super gut. Doppelte Piercing Damage, auch sehr gut. Zusätzlich habt ihr Exzess auf ein Omni-Negate, was auch sehr stark ist. Es gibt natürlich noch mehr Decks, die auf Omni-Negate zurückgreifen können, aber das natürlich sehr, 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 sehr stark hier eben. Genau aus diesem Grund. Ja, zusätzlich können wir durch den Baum halt entweder in Monster-Negate-Gater gehen oder eben Zauber und Fallenzerstörung, was auch sehr gut ist. Hier der One-Off-MST. Spiel nur ein, weil, wie gesagt, er ist auch ein MST quasi, was sehr, sehr cool ist. Zusätzlich Strickstrafe habt ihr die Doppel-To-Bay-U einfach sehr stark. Panel-Deck, brauche ich nicht sagen, grindet den Gegner aus, super stark. Habt genug Follow-Up durch eben Counter oder halt durch Kombinationen. Sehr, sehr starkes Deck. Man kann dieses Deck ebenfalls auch theoretisch mit True Draco kombinieren, einfach indem man die Trap opfern kann oder natürlich themeneigene opfern kann, weil es ebenfalls ein sehr gutes Deck ist. Was ich jetzt selber auch nicht gebaut habe, ist theoretisch Tanny True Draco. Tannys sind Worm, genauso wie eben die True Dracos, sprich die Fallen- und Zauberkarten funktionieren damit. Was sehr, sehr gut ist, ebenfalls was man sehr gut machen könnte theoretisch, ist Dragon Mage spielen. Ja, das geht. Sind nicht alle erlaubt, klar. Aber es gibt ja diese Falle, die sagt Opfer in Drachenmonster und dann hast du Ikorus-Angriff. Sehr starke Karte, dementsprechend kannst du es auch spielen. Oder du kannst auch durch Kaiju Dark World Haufen spielen mit Tanny drin. Ihr seht, die Möglichkeiten sind sehr, sehr groß oder Megafleet kann man auch spielen. Also ihr seht, ihr habt eine Menge, Menge Auswahl. Und zusätzlich, was wir noch neu haben, was ich natürlich auch erwähnt weiß, ist ein neues Pack kommt. Und zwar genau zu sein, am 4.4. und dort kommen Karten wie Baroness kommt da einmal, was auch sehr, sehr nice ist. Wir bekommen neue Speedroid-Karten, wir bekommen den neuen Stardust-Dragon und ebenfalls bekommen wir Despier-Karten. Ich vermute nicht alle, aber die erste Welle bekommen wir. Und das sind doch coole Infos. Sprich, am 4.4. wird hier die Party abgeben. Ich würde an eurer Stelle empfehlen, bis zum 4.4. nochmal hier ein bisschen zu griden. Sprich, nochmal ein bisschen hier, wie gesagt, das Event fertig machen. Dann nochmal ein bisschen Missionen griden. Und dann, am 4.4. geht es richtig los. Denn der Kampfpass, beziehungsweise Duel Pass heißt es ja hier, endet dann auch. Sprich, wir werden einen neuen Duel Pass bekommen. Ich bin gespannt, ob der genauso schnell zu erreichen ist wie hier. Ich vermute, sie werden was ändern. Was sie ändern werden, werden wir dann halt sehen. Entweder mehr Level oder schwierige Level oder mehr Belohnung und länger. Whatever, wir werden es sehen. Ich freue mich drauf. Zusätzlich ändert sich noch was im Shop. Wie gesagt, ich habe ja gerade erzählt, dass man eben die ersten Despier-Karten bekommen kann. Oder auch in Baroness. Die werden eben neu bekommbar sein, hier eben bei Packs zu kaufen. Dort sind hier explizit drin. Genaue Setliste haben wir halt noch nicht. Wir können hier nochmal ein Video zum machen, wenn die dann bekannt ist. Und ebenfalls laufen diese 5 Packs aus, die dann halt eben getauscht werden mit den 2 neuen vermute ich. Ähm, ja, Master Pack wird aber, glaube ich, wie immer drin bleiben. Äh, und Bonus Pack, ähm, ja, Legacy Pack wird sich nichts ändern. Aber wie gesagt, dort kommt was Neues rein. Und vielleicht bekommen wir ein neues Structure-Deck. Maybe, maybe not. Oder neue Begleiter oder neue Spezial. Klar, Kampfpass auf jeden Fall. Aber vielleicht ein Bündel neu. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ah ja, eine kleine Änderung noch. Beim Festival ist es jetzt geändert worden, dass man mit Lidex nicht mehr die volle Anzahl Medaillen bekommt. Sprich, selbst wenn ihr jetzt ein Lidex spielt, bekommt ihr die volle Value an Medaillen. Wir können auch mal hier eben in die Lidex gehen. Gucken wir uns an hier. Wir haben hier einmal einen bewaffneten Deck. Wo ich sagen muss, das ist nicht so stark. Ähm, würde ich nicht empfehlen zu spielen an sich. Dann haben wir hier noch so ein Krieger-Equip-Deck. Ist auch nicht so stark. Aber wir haben dann hier so ein Deck. Einen Psy-Frame-Deck. Und das ist stärker, als man denkt. Wirkt jetzt ziemlich komisch. Aber die Palios sind halt ziemlich, ziemlich strong. Zusätzlich habt ihr Synchro-Excess. Also wenn man ein Lidex spielen würde, dann würde ich an eurer Stelle das hier spielen. Weil das eben eine gute Value hat. Also aus meiner Sicht ist das das Beste von den drei. Und jetzt bekommt ihr eben auch volle Medaillen. Sprich, nicht nur 500, eben wenn ihr mit euren eigenen Deck gewinnt. Sondern auch eben, wenn ihr mit deinem Lidex gewinnt. Ja, das wollte ich einfach nochmal erwähnen. Ja Leute, und das war es eigentlich. Das heißt, 4.4. Wird viel passieren. Das heißt, wenn ihr jetzt schon alles geschafft habt. Schaltet am 4.4. bei MasterTool wieder ein. Beziehungsweise lockt euch ein. Es wird sich garantiert lohnen. Schreibt es mal in die Kommentare. Was haltet ihr eigentlich von diesem Normal-Rare-Festival? Fandet ihr das gut oder nicht? Und ich würde sagen, das war es von mir. Und bis bald! 紅 color-Rare-Festival